Wenn ihr eine Aufgabe hinzufügen möchtet, klickt auf das Plus und wählt im rechten Menü Aufgabe aus. In dem folgenden Fenster gebt ihr die Aufgabenstellung ein. In dem Aufklappmenü unter dem Textfeld wählt ihr die Art der Antwortmöglichkeit aus. Hier könnt ihr auch beliebig anklicken. In diesem Fall können Spielerinnen und Spieler zwischen Foto, Video, Audio und Text als Möglichkeit wählen. Ein Hinweis, wählt ihr im Antwortmodus Texteingabe den Button mehrzeilig aus, so schreiben die Spielenden ihre Antworten in ein großes Textfeld und können das Geschriebene besser lesen. Wenn ihr alles speichern möchtet, klickt auf hinzufügen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.